hallo ich muss erst mal gucken ob die kamera anders heute ohne schminke dafür mit haare und heute wir haben es jetzt schon ein bisschen später aber ich wollte euch unbedingt noch dinge zeigen die neu bei mir eingezogen sind zum einen habe ich sie mir selbst geschenkt zum anderen wurden sie mir geschenkt und da bin ich unfassbar dankbar für und ich starte mal mit den sachen die ich mir gekauft habe das sind nämlich nur drei die anderen habe ich euch schon gezeigt und zwar habe ich mir aus der exit to explore diese haargummis gekauft die andere blüte habe ich jetzt gerade nicht da aber die sind wirklich super schön gerade so wenn man dutt macht und die dann da reinsteckt oder sich einen zopf macht finde ich die total schön und die sind auch so ich denke mal es wird so moosgummi sein also auch beweglich und ja die finde ich total süß und bin froh dass ich sie mir noch schnell mitgenommen habe zum anderen habe ich euch vergessen zu zeigen dass ich mir dieses hier gekauft habe das ist das essence all about matt oil free make up in der farbe 05 matt vanilla und das hat 95 cent gekostet im ausverkauf und das kommt hier in meine schublade zu den anderen foundations die ich noch ausprobieren möchte beziehungsweise ich mag ja momentan nicht so gerne diese flüssigen geschichten von daher braucht das noch ein bisschen bis es rankommt aber dann werdet ihr sehen ob das was ist oder nicht vor allen dingen es wird sie ja nicht mehr geben deswegen auch wenn es nichts ist ist nicht ganz so schlimm und dann nach einem sehr warm stressigen tag war ich im ross mal um eine geschenktüte für meine mama zu kaufen und sah aus dem augenwinkel einen aufsteller den ich gar nicht auf der rechnung hatte so früh und zwar war das die limited edition von catrice retrospective retrospective und was musst du da natürlich mit genau der blush oh mein gott leute der ist so schön er heißt 01 retro rosiness und es sind 9 gramm das heißt dieses ding ist wirklich groß was ich nicht gedacht hätte als ich die ersten pressebilder gesehen habe ich dachte es wäre auch so ein kleiner wie aus der rough luxury der hat ja nur fünf gramm und der hat neun gramm und der ist wirklich wunderschön den habe ich auch schon benutzt aber witzigerweise wenn man mit dem pinsel reingeht sieht man das gar nicht so das sind die swatches von den einzelnen ringen so sehen die im swatch aus und dann zeige ich euch mal wie sie kombiniert aussehen dass das geile an diesem teil ist dass je nachdem ob ihr mehr in den dunkleren geht oder mehr in den äußeren könnt ihr eure eigene farbe kreieren das heißt je mehr ihr in den inneren geht desto bäriger wird es und je mehr ihr außen seid desto rosäfarbener ist es und das hat so einen wunderschönen ganz leichten schimmer und ist gerade meine absolute ja mein absolutes must have es ist so satin seidig matt wunderschön momentan sind die le blushes lächerlich geil also es hat ja diese serie von lächerlich geilen blushes hat ja war ja die exit to explore und die beauty voyage der bärenfarbene also und jetzt dieses wunderschöne teil und dann der hier aus der trended up limited edition infinitely beauty der ist ja auch der hammer also die blushes sind momentan wirklich nichts außer acht zu lassen und für blush addicts wie mich ist es natürlich ja da kommt dann einiges zusammen dann war es folgendermaßen ich war heute bei der lieben luci vom kanal unfunk rundfunk und es war wie immer ein fest ich hatte sagen wir mal eine gute stunde eingeplant es waren dann zweieinhalb glaube ich oder ja so ungefähr und wir haben gegenseitig uns beschenkt ihr habt ja die sachen gesehen die ich rausgeschmissen habe die sind zu ihr gewandert und sie hat mir einen herzenswunsch erfüllt und eine wunderschöne leggings geschenkt und zwei sachen aus ihrer sammlung zu mir gegeben wo ich nur dachte oh mein gott ich werde sterben weil ich so glücklich bin und wir haben spontan weihnachten auf den 28.8 verlegt also heute und es war wunderschön fangen wir an mit dem highlighter wo sie gesagt hat sie passt nicht so gut zu äh ihm oder er zu ihr die beiden passen einfach nicht so gut zusammen und ich bin ja immer scharf auf ältere limited editions die es nicht mehr gibt weil klar es gibt sie nicht mehr äh die sammler geben sie eigentlich nicht ab auch wenn sie sie nicht benutzt das ist so dieser sammeltrieb den wir ja haben als kosmetik liebhaber und zwar aus der spektakul art der heißt artfully lustrous den kennt ihr bestimmt den haben relativ viele sich damals gesichert aber das war noch nicht meine le zeit und der sieht so aus und ich finde der ist butterweich und der hat der hat ein leicht champagner farbenen touch mit so ein bisschen goldschimmer und der ist wunderschön oh mein gott oh 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 ich freue mich ganz doll riecht leicht parfümiert und vorne ist halt diese schöne optik also dieses schöne muster und also mit highlighter highlighter geht immer immer also ich bin da auch recht großzügig was highlighter angeht also die dürfen auch ein bisschen gröber sein oder so ich bin da echt nicht so empfindlich aber es gab immer ein highlighter immer wenn ich ihn gesehen habe lief mir imaginär eine tränen übers gesicht weil ich dachte du wirst ihn dann da im ganzen leben niemals besitzen und es ist okay es gibt ja so sachen mit denen findet man sich einfach ab ne und ähm als ich das luci ich weiß gar nicht wie wir darauf gekommen sind aber als ich ihr das erzählt habe sagte sie warte mal kurz und da schlug das herzchen schon schneller und höher und ich dachte so nein und ich habe auch zu ihr gesagt nein das kann ich nicht annehmen das geht nicht also ich war den tränen mehr als nah als sie mir den überrechte und sagte doch ich benutze ihn nicht und nur als Sammlung und wenn du sie ihn so liebst und haben willst dann bekommst du ihn und und ist irgendwie mal aufgefallen dass hier ein Hase aus einem Zylinder ist und ein Pferd und ein Karussell und das ist ich habe ihn wirklich in der Hand das ist das ist kaum zu fassen das ist wirklich Gold also das ist speckiges Gold par excellence aber es ist einfach der Circus Circus Highlighter von Essence und der heißt 01 it's magic und es ist magic er ist einfach Gold und wunderschön und ich kann es nicht erwarten ihn zu tragen weil er einfach quasi das Äquivalent des goldenen Highlighters ist ohne dass es irgendwie nach Overspray aussieht oder so ich bin so gespannt wie er auf meinem Gesicht aussieht und also jeder der den hat und der den nicht benutzt shame on you ok wenn ihr euch den nur anguckt weil er einfach wunderschön ist dann verstehe ich das auch es sind 9 Gramm das heißt ich habe ein bisschen was von ihm und das ist auch gut so und aus der tiefsten Seele meines Herzens ich bin so glücklich vielen Dank nochmal so und jetzt kommen wir zu etwas wo ich mir auch fast äh wo mir fast was abgegangen wird als ich ähm wie fange ich denn an also folgendermaßen eine ganz ganz liebe Abonnentin und ähm Followerin auf Instagram die liebe Janine sie heißt auf Instagram p.kuchen Bustekuchen und das ist eine ganz ganz liebe und die ist schon glaube ich von Anfang an dabei gewesen ähm als ich noch äh in Gelb gedreht habe glaube ich ihr erinnert euch an die Simpsontage du du schmeichelhafte Softbox ich sehe aus wie eine Leiche aber ist egal ist ja auch in echt so von daher so what und zwar hatte sie gesagt sie hat auch eine große Kosmetik Sammlung und sie hat ein bisschen was ähm festgestellt dass es nicht passt und dass sie es nicht so gern an sich mag und hat eine kleine Box gepackt und die hat sie zu mir auf Reisen geschickt mit einem wunderschönen Inhalt ein Teil ein Teil was in dieser Box war das war der Heat Wave Blush von Essence äh aus dem damaligen Standardsortiment äh der Korallfarben den habe ich und den liebe ich und der den habe ich dann an die liebe Luzi weitergegeben weil sie den noch nicht hat und sie ist der absolute Peach Korall Orange Typ und ich dachte da ist er am besten aufgehoben weil zwei davon brauche ich definitiv nicht also der ist schon mal rüber gewandert alles andere habe ich mir quasi selber einverleibt ein einziges ein einziges Teil wird noch ähm den Besitzer wechseln weil ich selber ungerne parfümierte ähm Bodylotions trage das wird meine beste Freundin bekommen die liebe Vicky und das ist sie bei Chloe und sie steht auf sowas total das sind 30 Milliliter und sie wird sich den Arsch abfreuen und äh da freue ich mich schon wenn sie sich drüber freut alles andere wird bei mir bleiben ich habe eine wunderschöne Karte bekommen happy girls are the prettiest das stimmt definitiv und mit ganz viel liebem Text von der lieben Janine und ich freue mich so doll und das war also das war auch ein Tag als das Paket ankam das war auch super stressig und ich habe mich so gefreut weil mein Freund schon meinte es ist was für dich angekommen und ich wusste was es war und ich dachte nur so ja geil fangen wir an ich habe ein original verpacktes Aven Thermal Wasserspray bekommen das ist mein Aven Thermal Wasserspray und das ist so gut wie leer deswegen Backup geil ich freue mich ganz toll ja das liebe ich heiß und innig und ich finde es halt ein bisschen teuer muss ich ehrlich sagen aber dass ich jetzt ein Backup habe finde ich natürlich klasse vielen 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 lieben Dank nochmal ich kann mich nicht genug bedanken machen wir weiter mit den zwei Produkten wo ich ganz gespannt bin wie das funktionieren wird aber ich bin definitiv mehr als willig das auszuprobieren weil ich finde man sollte nichts kategorisch ablehnen wir haben hier einmal Creme de la Creme Creme Rouge Heavenly von W7 das ist ein Creme Rouge ja wie ich schon gesagt habe und in diesem wunderschönen Farbton und ich habe da natürlich schon reingegrabbelt ging ja nicht anders und das ist ein unfassbar geiler Rotton gucken wir mal der lässt sich auch gut verblenden aber der ist Overblush Kandidat auf jeden Fall also da werde ich ein bisschen vorsichtig sein müssen aber der hat keinen groben Glitzer riecht nach nichts also von daher den werde ich definitiv mal ausprobieren ob ich damit klarkomme ansonsten findet sich dafür bestimmt auch ein Liebhaber und dann haben wir hier den Revolution Makeup Revolution Ultra Strobe Balm das sieht sehr interessant aus in der Farbe Euphoria der ist so Violett Violett Duochrom oh nein jetzt bin ich mit dem Fingernagel rein und der ist echt Hammer also den kann ich mir super als Base vorstellen ich hoffe der kommt so ein bisschen so rüber wie er ist er wirkt so sehr hell aber der hat eben diesen pinken Duochrom drin und das finde ich geil riecht auch nach nichts ich mag immer so gerne wenn das nicht so stinkt sehr cool probiere ich auf jeden Fall aus dann haben wir eine Sexy Pulp Ultra Volume Mascara von Yves Rocher da bin ich ganz gespannt ich habe von Yves Rocher so gut wie nichts ich glaube ich habe nichts von Yves Rocher und da bin ich mal gespannt wie der sein wird ich mache ihn mal auf der ist nämlich Originale verpackt Originale Originale oh ich finde das so toll ich freue mich so doll ja wir haben Weihnachten in den August verlegt definitiv also das ist Mascara Ultra Volumen Maxi Bürste Maxi Bürste Volumen Wimpern für Wimpern Wimpern für Wimpern so gucken wir mal oh ja der ist groß riecht nach Mascara bin ich mal gespannt das ist so eine mit so zwei Bobbels die Bürste und ich bin mal gespannt wie der ist den probiere ich auf jeden Fall mal aus bei Yves Rocher wie gesagt habe ich nichts bin ich mal gespannt bin ich mal gespannt was das wäre der ne die Karte stelle ich mir mal hier oben hin die ist echt zuckersüß ich freue mich ganz doll dann waren hier zwei Produkte drin und ich muss ehrlich zugeben ich habe ein bisschen geschrien als ich sie ausgepackt habe und zwar handelt es sich um die Cut Freeze Puder Highlighter die 10 Stardust und die 20 Champagne Campaign und ich habe die in Highlighter Videos gesehen und dachte immer warum hat Catrice die rausgenommen die sind so schön mit dieser Kissenprägung dann haben wir einen Champagnerfarben und einen kühleren und die sind echt wunderschön also warum Catrice die rausgenommen hat kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen vor allen Dingen diese dieser Champagnerfarben ne der hat hellere und dunklere Kisten ich weiß nicht ob die Kamera das kriegt aber mir kommt es so vor als wären die unterschiedlich eingefärbt also Rosé und und halt so kühler Hammer Hammer wirklich schön also der Champagnerfarbene der erinnert mich ein bisschen an die aus dieser Weihnachts-ALI von letztem Jahr echt schön kein grober Glitzer ganz fein also kann ich leider also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen wie so Catrice die rausgenommen hat die sind echt super schön pudrig kein kein nichts grobes einfach ein schöner feiner Schimmer die werden super sein das weiß ich jetzt schon das habe ich im Gefühl bisher so als als alter Highlighter Hase das das merkt man gleich so die die Vibes die so ein Highlighter auszündet und dann kommen wir zu einem äh zum letzten Teil glaube ich ich hoffe ich habe jetzt nichts verschlüsselt außer den einen Blush den ich ja schon äh der ja schon ein neues zuhause gefunden hat kommen wir zu meinem absoluten Oberknüller Highlight aus dem Päckchen diese Go Palette ich meine das müsste Makeup Revolution sein weil ich habe die irgendwo schon gesehen da ist 4,5 Gramm Highlighter drin 6,5 Gramm Blush und 5 Gramm Eyeshadow ich glaube dass die den Kontur das Konturpuder der hier drin ist als Blush rechnen wir haben hier dieses Konturpuder das ist sehr hell sehr natürlich total schön diesen unfassbar schönen Blush diesen super schönen Highlighter und diese 6 äh Lidschattenfarben und das ist echt geil und die sind wahnsinnig gut pigmentiert also die Eyeshadows ich habe heute den getragen den dunklen hier der ist so black ne der ist so unfassbar pigmentiert er ist er ist eigentlich dunkelrot mit Rot und Glitzer aber auf meinem Auge wirkte der so dark das könnt ihr euch nicht vorstellen ich swatch euch mal die Lidschatten die sind schön äh weich krümeln auch jetzt nicht so doll ja jetzt habe ich sie ein bisschen hässlich geswatcht aber ihr habt einen Eindruck auf jeden Fall von dieser Palette was die kann metallisch kann sie sein semi matt aber echt geil also geile Fahnen wirklich also für eine wenn ich mal auf Reisen gehe also vielleicht nehme ich die mit nach Wien obwohl ich Angst hätte dass sie mir kaputt geht glaube ich ähm da hätte ich Eyeshadow technisch alles dabei ich hätte Highlighter ich hätte Blasche ich hätte Kontur ich müsste nur Augenbrauen und halt Base mitnehmen so dann der Highlighter der ist unfassbar schön das ist unglaublich okay meine Hand ist jetzt auch mehrfach gereinigt noch ein bisschen feucht also verzeiht mir wenn die Farben nicht ganz so rüber kommen das liegt an meiner Haut das liegt nicht an dem Produkt boom dieser Highlighter ist unfassbar schön auch wieder genau also der ist ganz ohne Glitzer also der schimmert wirklich reflektiert speckig das Blasche ist gerade absolut absolut meins das erinnert mich auch ein bisschen an das Pale Pink von H&M was ich hier so liebe und hier ist der Konturshade der ist so sieht er jetzt relativ warm aus eurem Gesicht schmilzt er einfach schmilzt er einfach wunderschön wunderschön diese Palette ist der Hammer der Hammer awesome awesomeness in a Palette also wenn ihr so eine Allrounder Palette sucht ich weiß nicht wie viel die kostet nicht viel auf jeden Fall also glaube ich nicht aber ich habe sie mir nie bestellt weil ich dachte warum du hast so viel bla 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 ihr kennt das ja aber alleine für diese Highlighter Blush Kontur Geschichte finde ich den schon toll danke 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 viel viel danke ich bin so glücklich ach ja wenn so kleine Sachen einen so wahnsinnig glücklich machen können weil andere liebe Menschen einem was Gutes tun wollen und lieb zu einem sind und man selber auch so was zurückgeben kann das ist mir einfach das ist mir einfach das Liebste ich glaube ihr könnt das nachvollziehen ihr kennt das bestimmt auch und ja das wäre es jetzt erstmal gewesen ich hoffe ihr fandet es ein bisschen interessant und ja ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder lasst euch nicht ärgern ich freue mich schon auf euch wenn ihr wollt kommentiert ihr kennt das ja gerne und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich und haut rein Leute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal dass wir uns beim nächsten Mal haben soll Monaten hat kann das